Wow, gute Arbeit, Daniel-san. Du bist wirklich so gut, wie alle sagen. Dich haut nichts um. Jo, und deshalb heiße ich auch Survivor. Lass dir das mal nicht zu Kopf steigen. Aber das war wirklich gut. Du hast's drauf. Oh yeah. Danny Boy, ein Star, würde Big Boy sagen. So, hier ist aber eigentlich mein Shop. Kein Fake. Ähm, hallo? Shop? So, einkaufen. Medikits. Brauche ich zwei Stunden. Wir haben wohl nie ein bisschen. Hm, 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 hm. Boos und ich Ladung kann man gar nicht kaufen. Okay. Dann gehen wir noch in die Verbesserung hinein. So, erstmal die Dister. Wow, Stoßwelle. 10.000. Ganz schön heftig. Oh, okay. Äh, das war's auch schon. Oh yeah, gewonnen. Was haben wir gewonnen? Eine bosonische Ladung. Cool. Was ist das hier? Dies scheint dein Lagerhaus zu sein. Diese Roboter warten auf den Versand. Ich würde zu gern alle mitnehmen. Ähm, okay. Oh, auf meine Schulter. Mach ich aber gar nicht. Jetzt ist... Oh, schon kaputt. Komm da noch mehr. Oh, von dem Großen. Ja, hallo? Ich bin einer der guten. Kein Feind. Ja, hallo. Der steht hinter mir und ich schlag den irgendwie. Sie zielen fantastisch, Monsieur. Gute Arbeit. So. Da sind ja auch so ein paar Kollegen drin. Wie sehen die irgendwie aktiv aus mit den leuchternden Augen? So. So, schon wieder mit einem tollen Labyrinth. Oh, okay. Oh. Ja, so kleine Krabbeldinger schon wieder. Oh ja, die gehen ja mit einem Schuss kaputt. Okay, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. An der Decke ist auch keiner. Ah, da fahre ich da rein. Oh, opala. Kann ich hier sogar kaputt machen? Cool. Okay, was kann ich hier tolles finden? Boah, also das muss ich auch mal zu Hause probieren, ob euer PC-Display zehn Schüsse, äh, ich meine vier Schüsse aushält. Das ist doch ein bisschen viel. Ich dachte, ich verlegt nur einen, aber wenn der meint. Verdammt, wir haben Besuch. Wir können später suchen. Erstmal müssen wir aufräumen. Na dann, aufräumen. Hier noch ein bisschen Dosen bezeichnen. Achso, der lebt noch. Oder auch nicht. Verdammt, wir können jetzt nicht aufgeben. Er hätte was gesagt von aufgeben. Hallo? Ich wollte ihn schlagen. Der Feind besiegt. Gute Arbeit. Da hinten liegt wieder was. Wie sehen die Roboter für den Massenmarkt aus? Daten über die Seelenlosen finden wir hier wohl eher nicht. Bist du dran? Hier gibt's keine Daten. Hast du sonstige Vorschläge? Über den Aufzug davon kommst du zu einem großen F&E-Bereich. Vielleicht findest du dort die gesuchten Daten. Okay, machen wir uns auf den Weg. Wir nehmen den Aufzug vor uns, ja? Die Pause ist vorbei, Faye. Wir nehmen den Aufzug nach oben und treffen uns später. Verstanden. Na dann, ab in den Aufzug. Aber jetzt sind wir noch wieder in dem Labyrinth. Na toll. Wo ist denn der Aufzug? Ich will in den Aufzug und keine Gag noch. So, und langsam geht das Sturmgewirr wieder ein bisschen ab. Noch nicht so wie damals, aber es geht schon wieder ein bisschen ab. Oh nein. So, wollten wir sehen, wie er fliegen kann. Die Espresso-Maschine. So, irgendwas höre ich in dem Raum da drin. Oho, da kommen auch noch kleine. Und große. Und da draußen steht ein fahrbarer Computer. Aber irgendwie schießt er gerade gar nicht auf uns. Na genau, jetzt plötzlich wieder. So, meine Kramatik. Sieht nicht so aus, als gehe der Kampf zu unseren Kumpsten aus. Ei, 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 ei. So, jetzt endlich mal. So, jetzt klappen wir noch die Großen. Komme ich da auch irgendwo durch? Da hinten zum Beispiel. Ah, geh weg. So, worum? Elevator? Ja, genau, zum Aufzug müssen wir. Okay, welchen? Ich nehme eine Runde 1, 2 oder 3. Ich gehe aber zuerst mal hier Munition einsammeln. So, können wir hier drücken? Nö, können wir nicht. Also eins ist schon mal nicht. Die Nummer 2. Die goldene Mitte. Hoffentlich finden wir die Daten über das seelenlosen Programm auf diesem Stockwerk. Alle Wahrscheinlichkeit nach fehlen wir sowohl die Daten als auch einen Hinterhalt. Wir knallen sie alle ab, so wie wir es eben immer tun. Oh yeah. Ein Hinterhalt. Was ist hier so viel Amada-Werbung? Ich meine, die Arbeiter wissen ja wohl, wo sie arbeiten. So, mal kurz in den Shop reinschauen. Haben wir ein paar Credits wieder eingesammelt? Ja, es geht. Verein 2, Aufwertung wird es wohl reichen. Wir sind... Ah, hier stehen geblieben. So, das war es auch schon wieder. Und weiter geht's. Beziehungsweise... Oh, schon wieder verloren. Wah, 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 wah